In diesem Video geht es um die besten Stromerzeuger. Der Qualitätssieger in unserem Stromerzeugertest geht an den Denkbar DQ2100. Mit dem hochwertigen und innovativen Inverter Stromerzeuger DQ2100 von Denkbar beginnt die Freiheit und das Abenteuer direkt vor der Tür. Aufgrund der äußerst kompakten Maße und des niedrigen Leergewichtes von nur 22 kg ist dieses High-End-Produkt perfekt für alle, die unterwegs die Unabhängigkeit genießen wollen. Dabei hat das mobile Kraftpaket mit der maximalen Leistung von 2,1 kW genug Power, um für alle alltäglichen Herausforderungen bestens gewappnet zu sein. Deswegen werden sich alle Reisemobilisten, Campingfreunde, Heimwerkerkönige und Festivalgänger sofort in den DQ2100 verlieben. Auch die weiteren Ausstattungsdetails wissen zu begeistern. Neben modernster Inverter-Technologie und dem laufruhigen Öko-Modus sind auch zwei USB-Steckdosen mit dabei. So lassen sich Akkus von Handys, Kameras und anderen Kleingeräten blitzschnell wieder aufladen. Der DQ2100 lässt sich per Parallelschaltungskabel mit einem zweiten verbinden, sodass sich die Gesamtausgangsleistung fast verdoppelt. Auch mit einem zweiten Gerät des Models DQ2000 ist der DQ2100 kompatibel. Qualität, Leistung und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Matrix-Stromerzeuger. Der PG2000i ist trotz seiner kompakten Größe mit einem 4 Litern großen Kraftstofftank ausgestattet. Das Gehäuse dämmt die Motorgeräusche auf ein Minimum, so kann der PG2000i auch in ruhigeren Umgebungen eingesetzt werden. Der seitlich angebrachte Seilzugstarter ist gut zu erreichen und ragt nicht über das Gehäuse hinaus, so kann der PG2000i platzsparend verstaut werden. Alle wichtigen Bedienelemente finden Sie übersichtlich auf dem Frontpanel, so ist ein sicherer und komfortabler Betrieb gewährleistet. Der PG2000i lässt sich durch den oben angebrachten Griff und das geringe Gewicht leicht transportieren und kann rund um Haus, Garten, Camping und Werkstatt flexibel eingesetzt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Stromerzeuger-Test ist der Stier SNS 190. Kraftvoller Stromerzeuger für die Nutzung im Außenbereich. Wartungsarmer Viertaktmotor sorgt für hohe Lieferleistungen von bis zu 2000 Watt. Luftkühlung für hohe Lebensdauer und Standzeit. Inverter-Technologie liefert optimale Stromqualität und schützt vor Spannungsspitzen. Optimierter Stromverbrauch sorgt für Laufzeiten von bis zu 6 Stunden. Ein bei Bedarf zuschaltbarer Eco-Modus für extra leisen Betrieb lässt den Stromerzeuger sich der Drehzahl des Verbrauchers anpassen. Praktischer Tragegriff für einfachen Transport. Ausgestattet mit 2 x 230 Volt Schuko-Steckdosen und einer 12 Volt Stromquelle zum Betrieb diverser Elektrogeräte. Schallgedämpfte Bauart für den sicheren Betrieb in der Werkstatt. Integrierter Ölsensor und Ölstandanzeige warnen vor niedrigem Ölstand und sorgen für hohe Langlebigkeit des Stromgenerators. Kleine, kompakte Bauweise ohne Leistungsverlust. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.